Also, wir haben ein Paket bekommen von meiner besten Freundin, die wir am Wochenende besucht hatten. Das große habe ich jetzt nur draufgelegt, damit das unten zu bleibt, weil das nämlich aufschnipst, wenn man es aufmacht. Ich habe aber auch noch nicht wirklich reingeguckt, nur aufgemacht, dass es fürs Video etwas schneller geht. Da ist mein Weihnachtsgeschenk drin und euer Geburtstagsgeschenk. Die Zwillinge hatten ja im Januar Geburtstag und da hat dann meine Freundin was mit reingetan und sie hat es jetzt endlich geschafft zu schicken. Genau, und jetzt gucken wir mal rein. Nimm mal das Kobra runter und dann gucken wir mal, was da drin ist. Also, das Grüne mit der Roten Schleife ist, glaube ich, für den Olu, hat sie gesagt. Das Grüne mit der Roten ist das hier, oder? Genau, und dann wird das andere logischerweise für die Aspasia sein. Da dürft ihr mal rein. Mein Geschenk soll es aber nicht anfassen. Und das ist für Mutti, das sind, also das ist ein Kissen und das auch. Das sind nämlich Kissen, beziehungsweise, was ist denn das? Ich muss selber mal gucken. Schaumkissen. Das sind Kissen, weil, immer wenn sie zu uns zu Besuch kommen, schimpft sie über meine Kissen. Meine Kissen sind schon so ausgeleiert und ganz dünn. Und deswegen hat sie gesagt, dieses Jahr gibt es, oder letztes Jahr zu Weihnachten gibt es Kissen. Genau, die habe ich jetzt bekommen. Ich werde die in Ruhe mal betrachten. Also, die Mama hat Kissen gekriegt zu Weihnachten von ihrer besten Freundin, worüber ich mich sehr, sehr, sehr freue. Und die Kinder, was haben die Kinder bekommen? Wie süß ist das? Was hast du gekriegt? Was ist das? Erklär mal. Das ist so eine Elsa-Jacke. Eine Elsa-Jacke. Eine Glitzerjacke. Ich wollte gerade sagen, da ist doch gar nichts mit Elsa. Der hat doch einen in der Schule. Ja, der hat doch einen. Und das ist noch ein Melonen-Puppet. Ein Melonen-Puppet. Das ist wirklich schön. So, und was hat der Olu bekommen zum Geburtstag? Auspacken. Olu ist noch am Auspacken. So, Olu, was hast du gekriegt? Ein Puppet. Ein großes Puppet, ja. Da hatten wir letztes Jahr ganz arg viele von, aber ganz viele kleine. Bestimmt 30 Stück oder so haben wir irgendwo im Haus rumfliegen. Aber ganz klar. Von Mini bis Normal. Und jetzt haben wir etwas Größeres. Nicht wir, sondern der Olu. Und was gab es noch? Was hast du noch zum Geburtstag bekommen? Boxhandschule? Boxhandschule. Oha. Ich hoffe, du wendest die gescheit an. Nicht. Oha. Der Olu wird jetzt ein Boxer. Das passt ja gegen Deckung. Nein, das machen wir natürlich nicht gegen unsere Geschwister, ja. Da müssen wir halt nur noch einen Boxsack dazu finden. Oder du gehst draußen am Baum. Oder so. Obwohl, die Bäume können auch nichts dafür. Also der Olu hat Boxhandschuhe und Puppet. Und der Espasia hat so eine richtig schöne Pailletten-Glitzerjacke und ein Puppet. Genau. Also Olu, bitte lass meine Wände stehen. Schön, dass du dich freust. Aber wir müssen einen geeigneten Platz finden, wo du dich damit auslassen kannst. Ich zeig dir mal eine Rede. Genau. Also. Vielen lieben Dank an unsere Freundin Katja für die Geschenke. Und ich freue mich schon auf meine neuen Kissen. Und die Nacht wird erholsam. Vielen lieben Dank. Tschüss. Vielen lieben Dank.